die Joachim Lohn jetzt sind willkommen zu einem neuen Video Prozent vor Kredite die Arme mir befinden wir uns jetzt gehört dort um ein letztes Mord auf die damals gestorben sind leider hilft nix diesmal werden wir so mein Licht ja nicht herschauen ja das ist jetzt gerade so eine nette Schleichmission so dermaßen einfach jetzt haben wir dort hat er uns entdeckt da haben wir ihn noch setzen wir uns den hier so ich glaube nicht so oder nicht umdrehen das war zu verdammt knapp mir wird interessieren wer da der Kommentar ist verdient so so jetzt kommt der Typ da irgendwie her das ist natürlich extrem nervig die vorhaut ja zusammen entdeckt war ja klasse das ist natürlich immer gut wenn man dann erleichtert sie die spiel natürlich um einiges schießt das schießt schießt halbster wir hätten sonst wieder verloren gehen auf 10 7 Wann das macht das nicht das macht die Kettin und ich bin kein Fick jetzt muss ich bin wie bloß mal ein bisschen schneller bewegender aus uns die Scheiß-Snapper Scheiß-Snapper natürlich decken die jetzt alle den Kommandanten das ist unser Mann wo 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 fuck pfff wo 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 schnell ins Auto rein ein Weg da 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 oh Schnee weg wow fuck wow und das welche von uns ja die betteln sie jetzt mit dem da unten mal ein bisschen zuschauen wot 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 Mann, am I? Woah, fuck Sorry Ah, Mann, war mit Die Benz blitzen wir abgefahren Ja, den Hammer Haben wir das da kaputt gemacht? Scheiße Müssen wir, glaube ich, wieder richten Ii, wo sind das für hässliche Leiche da? Waaah, ii Hat der seine Waffe hingelegt? Naja, ein bisschen Munition Unsere Brieftasche ist ja leider immer noch voll Das ist ein bisschen kacke Und da bald die Rucksack, glaube ich, auch Schauen wir mal, wie viel Munition das wir mit haben Nein, mir ist auch kein 47 lieber Ja, einsteigen Ja, genau Zum Thema Let's Play Ich habe ja mal mit dem Alpha Amma 3 Alpha begonnen Ähm, ich hoffe, ich habe das erste Let's Play gefallen Mir leider nicht Ähm, weil mir das ganze Game irgendwie besetzt Und nicht dazu sagt Weil es einfach nur in der Alpha Version ist Und einfach Und einfach Ja, ich bin noch ein bisschen Ich habe mal was Besseres erhofft in der Alpha Version Weil Normalerweise strengen sich ja Tiersteller Oh, leck, bei mir leckt es gerade besser Normalerweise strengen sich ja Tiersteller ein bisschen hoher Ähm, bei der ersten Version Ähm, ja, weil mir lebt gerade das Telefon, glaube ich Ja, Leute Das soll weiterleiten Ähm Ja, und jetzt habe ich mir gedacht Fuck, stampelt Bei mir hat es gerade stampelt Das ist überhaupt nicht gut Warum hat der stampelt? Äh, ja Verdammt Ja, jetzt haben wir Wow Lol Ja, lol Schon wieder stampelt Ja, okay Ich würde sagen Ähm, wir sehen wir uns in der nächsten Folge Wir schauen, dass ich das jetzt schnellstmöglich repariere Und äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Ciao Sorry Äh, Likes, Kommentare, Apples würde ich mich sehr freuen Eines, weil ich mit dem Video wahrscheinlich Nicht bekomme Ähm Kommt davon, wenn man Ah 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 Mal schauen, ob es jetzt Das liegt irgendwie Wird aber irgendwie wieder flüssiger Alter Alter Hm Komisch Ja, jetzt zocken wir mal weiter Äh, ja Ja, ich werde den Fehler beheben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Äh 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 Äh